Aber vor allem, ey, sein Ultra-Modus. Alter, hab ich da gerockt, er hat immer gewartet, man kommt, pum, Bombe. Aber das Geilste war das Chakraschuriken. Er hat grad teleportiert, ich werfe es, er steht in die falsche Richtung und schmeißt das Ding da rein. Da hab ich ein bisschen, äh, das hab ich ein bisschen lustig gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand's auch irgendwie cool. Was man gespielt hat. Weißt du was? Weißt du was? Ja. Hm? Kagebun, Shihutsu! Was? Oh, nein. Hättest du das gesagt, hätte ich Hinata genommen. Aber ich hab auch einen tollen Charakter. Ist ja mittlerweile auch einer meiner Mains, auch wenn das komisch ist, Tobi als Main zu haben. Ja, aber du musst, bist ja bei ihm einfach gezwungen, den Ultra-Modus zu nutzen. Ja, aber das ist ja auch gut Ja Das ist doch ein Tier Au Sorry Brutzel, Brutzel, Blitz, Blitz Oh Oh Boah! gesappt war ein Tobi der in den Kopf gepiekt, da zählt es aber nicht mehr das blöde Chakrahörnchen die 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 Oh Oh Ich habe doch gesuppt. Ich liebe ihn in seinem Ultramodus. Ja, ich würde ihn auch in seinem Ultramodus ganz gerne einfach nur so spielen können, aber das geht ja nicht. Ich finde es saugeil, wenn du gerade deinen Feuerball nutzt und ich so Grip. Hm, habe ich nicht dran gedacht. Ninja-Infokartenbild. Einfach über den Gegner.